Ich lerne Deutsch. Nummer 1805 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Willst du mit mir zum Geburtstag tanzen? Haben wir die richtige Musik? Willst du mit mir zum Geburtstag tanzen? Haben wir die richtige Musik? Willst du mit mir zum Geburtstag tanzen? Haben wir die richtige Musik? Ist meine Körpertemperatur zu hoch? Muss ich in Quarantäne? Ist meine Körpertemperatur zu hoch? Muss ich in Quarantäne? Ist meine Körpertemperatur zu hoch? Muss ich in Quarantäne? Ich habe den Orangensaft mit Honig gemischt. Möchtest du ihn probieren? Ich habe den Orangensaft mit Honig gemischt. Möchtest du ihn probieren? Wir sind nicht immer einer Meinung und manchmal haben wir lange Diskussionen über bestimmte Themen. Wir sind nicht immer einer Meinung und manchmal haben wir lange Diskussionen über bestimmte Themen. Ich werde den Zustand des Gebäudes notieren und dann einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen erstellen. Bitte bestätigen Sie hier in der untersten Zeile, dass Sie die Lieferung erhalten haben. Du bist mir aufgefallen. Wollen wir etwas gemeinsam unternehmen? Wollen wir etwas gemeinsam unternehmen? Ich fasse zusammen, was jetzt zu tun ist. Zunächst müssen wir starke Argumente finden. Ich fasse zusammen, was jetzt zu tun ist. Zunächst müssen wir starke Argumente finden. Ich habe mir alles notiert. Dürfen wir die Ware morgen Vormittag liefern? Ich habe mir alles notiert. Dürfen wir die Ware morgen Vormittag liefern? Hier gibt es eine biologische Gefahr, du darfst diesen Bereich auf keinen Fall betreten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Was willst du dir hier ansehen? Ich interessiere mich für die Altstadt und die kleinen Geschäfte. Was willst du dir hier ansehen? Ich interessiere mich für die Altstadt und die kleinen Geschäfte. Was willst du dir hier ansehen? Ich interessiere mich für die Altstadt und die kleinen Geschäfte. Ich bin müde. Es ist zu kompliziert. Ich bin müde. Ich gebe auf. Ich bin müde. Ich gebe auf. Ich meine es ernst. Ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Ich meine es ernst. Ich will, dass du mir sofort sagst, wo du gestern warst. Wir haben die altertümlichen Ruinen eines Tempels in Neapel besucht. Wir haben die altertümlichen Ruinen eines Tempels in Neapel besucht. Wir haben die altertümlichen Ruinen eines Tempels in Neapel besucht. Die neue Broschüre ist frisch aus der Druckerei gekommen. Wie gefällt sie dir? Die neue Broschüre ist frisch aus der Druckerei gekommen. Wie gefällt sie dir? Ich habe jetzt Mittagspause. Ich kümmere mich später um die neuen Informationen. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Die Tomaten aus unserem Garten haben unterschiedliche Farben und Größen. Die Tomaten aus unserem Garten haben unterschiedliche Farben und Größen. Ich erwarte dich dann morgen, wann wirst du hier ankommen? Ich erwarte dich dann morgen, wann wirst du hier ankommen? Weil wir in einem effizienten Team arbeiten, können wir Höchstleistungen erbringen. Jetzt ist alles in Ordnung. Der Motor springt sofort an und läuft sehr ruhig. Stehen bei dir immer noch Blumentöpfe auf der Fensterbank? Stehen bei dir immer noch Blumentöpfe auf der Fensterbank? Stehen bei dir immer noch Blumentöpfe auf der Fensterbank? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Und dann schau dir immer noch Blumentöpfe auf der Fensterbank. schau dir immer noch etwas Blumentöpfe auf der Fensterbäre.